Thema heute Reibung, Normalkraft, demzufolge auch Kräfteparallelogramm und eine Wiederholung, denn das hatten wir in einer anderen Klasse schon gemacht, die potenzielle und die kinetische Energie zusammengenommen sind immer konstant, ganz egal. Je höher, desto klatsch und so weiter und so fort und Pendel und Schussversuche, was wir alles schon gemacht haben, da gucken wir dann in andere Videos rein. Nochmal schnell zum Thema Reibung. Wenn ich hier einen Gegenstand auf einer Fläche zu liegen habe und ich will diesen Gegenstand bewegen, ich lasse also hier eine Kraft drauf wirken, F gerichtet, wir haben einen Vektor, dann haben wir zu Anfang und das liegt daran, wenn ich mal diese Oberfläche hier mit Lupe betrachte, dann sieht das halt so aus und das ist auch der ganze Grund, weshalb das nicht so richtig klappt mit dem Vorwärtsbewegen, dann ist das keine glatte Fläche, sondern ich habe es mit gewissen Unregelmäßigkeiten in einer noch so glatten Fläche immer zu tun und wenn ich jetzt sage, dieser Schlott hier, der wird sich aus einem Tisch, in einem Tisch oder Fläche, in einem Tisch, in einem Tisch und 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 in einer Art von Vertrahnung treffen, also so, dass die, als wenn die ineinander vertrahnt werden. Ich meine jetzt nicht die blöde Kräfte, Atesion, Poesion und so weiter, darum geht es jetzt nicht, sondern ganz einfach, dass diese Reibung davon abhängt, wie rau oder wie glatt die Oberflächen sind. Da gibt es gewisse Materialpaarungen und innen habe ich das kurz mal vorgestellt, selbst wenn ich einen Gegenstand, der noch so glatt erscheint, ich habe hier Metallstäbe genommen und habe einen Metallstab auf anderen Metallstäben rollen lassen, also hier Metallstab, der rollte auf zwei anderen Metallstäben, dann hört man das sogar, dass auch diese Oberflächen so ähnlich sind, wie hier mit der Lykischen dargestellt, also selbst das könnte ich hier machen und das ist der ganze Grund für die Reibung, jetzt unterscheiden wir, wenn der Gegenstand noch steht, das ist die Haftreibung, wenn er dann endlich durch die Haftreibung ist und die rechten Teile mit der Haftreibung ist und die rechten Teile mit der Haftreibung ist und die Haftreibung ist. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.